Hallo und grüß dich auf meinem Zwei-Kanal im schönen Südtiroler Dialekt, um nicht zu sagen im schönen Pseierer Dialekt. Es freut mich, dass du da hingeschaltet hast. Heute in diesem Video werden wir über ein ganz, ganz wichtiges Thema reden, wo ich in letzter Zeit ganz, ganz viele Anfragen bekommen habe. Und zwar über das Thema Kryptowährungen, allen voran natürlich Bitcoin und wie sind die Steuern, wenn du in Italien, in Südtirol zur Hand haben. Ich habe einen deutschen YouTube-Kanal, der über Finanzen redet, investieren etc., auch über das Unternehmertum und so weiter. Ich habe in letzter Zeit aber mehr Anfragen für Südtiroler und Südtirolerinnen gekriegt, die sich eben für das Thema auch interessieren. Aber natürlich kann ich nicht auf meinem deutschen Kanal, der hauptsächlich für deutsches Publikum, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz etc., ausgelegt ist, über die Steuern in Italien reden. Das interessiert natürlich niemand. Genau deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen zweiten Kanal, der eben heißt Finanz- und Unternehmertum in Südtirol. Bei dem werde ich allen Themen aufgreifen, die für uns, da steuerlich und eben als Unternehmer etc. relevant sind. Wenn dich sehr interessiert, bleibt natürlich Thron. Wir sehen uns gleich noch ein bisschen. Grüß dich, ich bin der Thron. Es freut mich, dass du heute hingeschaltet hast. Auf meinen zweiten Kanal in Südtiroler Mundart, um nicht zu sagen, im Seirach Mundart. Ja, ich hauptsächlich, wie ich es schon gesagt habe, habe einen deutschen YouTube-Kanal, in seinem Zeug ich euch jetzt da, der nennt sich Dom Giant. Und da rede ich hauptsächlich über Finanz- und Unternehmertum-Investment. Das hat mich natürlich Freude, wenn ich es auch auf den kurz vorbeischaufe. Vielleicht findet ihr so ein anderes Video, wo es euch natürlich gefällt oder auch interessieren könnt. Wie gesagt, das ist jetzt ein neuer Kanal, den ich rein für Südtiroler jetzt möchte aufbauen. Und Südtirolerinnen natürlich. Wo es hauptsächlich um Themen geht, die ja auch für uns da steuerlich und so weiter relevant sind. Und ja, jetzt rede ich das erste Mal Dialekt. Es freut mich. Es ist ganz, ganz etwas anderes, als auch in Hochdeutsch da Content zu machen. Ich denke, bevor wir jetzt loslegen und ins Interview innen starten, weil ich an heute einen Gastin geladen habe, und zwar einen Steuerberater, Dr. Mirko Oliva. Und nach geht es heute um das Thema Kryptowährungen. Und da glaube ich, ist wirklich ganz, ganz viel Bedarf bei uns da. Und ganz, ganz viel herrscht Unwissenheit, Grauzonen und ja, ganz, ganz verschiedene Sachen. Selk klären wir logischerweise danach gleich ein Interview. Es freut mich, dass ich da mit Ihnen reden kann. Und ja, ich hoffe, in einem anderen von Ihnen kann das helfen. Deswegen würde ich Ihnen natürlich auch inladen. Ich habe eine Community gemacht, die ich sehe, ist ein Hintergrund. Und zwar eine Facebook-Gruppe. Wenn ich Interesse habe, über Unternehmertum, Investments, Kryptowährungen, etc. Steuerthemen, die bei Ihnen so in Südtirol, Italien relevant sein, eigentlich auszutauschen oder zu unterhalten, würde ich Ihnen inladen. Ja, kommen Sie in der Gruppe innen. Ich habe da ein paar Freunde, Bekannte von mir, die auch von da sein und investieren. Und ich sage, da helfen wir uns auch wieder gegenseitig. Und ich denke, da könnte eine coole, tolle Community entstehen. So, jetzt will ich nicht weiter, alleweil eigentlich da auf die Folter spannen. Ich sage, wir starten gleich ein Interview innen. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Kryptowährungen und Steuern. Bin es da in Italien mit dem Gast Mirko Oliva. Und ich sage, wir legen gleich los. Hallo Mirko, danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und du hörst gerade jetzt, weil die Kryptowährungen, Bitcoin, etc. in aller Munde ist, herrscht da natürlich viel Unsicherheit und auch viel, viel Unwissenheit, glaube ich. Und ich denke, mit diesem Video hätte ich mir sicher etwas Gutes, indem du uns ein bisschen erklärst, was der Bitcoin ist. Beziehungsweise nicht, was der Bitcoin ist, sondern wie man ihn versteuern muss, grundsätzlich wie Kryptowährungen, etc. für die Steuer, für den Fiskus relevant sein. Aber ich sage, wir legen mal gleich los, indem du dir die Antwort mal kurz vorstellst. Ja, hallo Thomas. Freut mich, dass ich die Möglichkeit bekomme, noch kurz über die steuerlichen Aspekte von Kryptowährungen zu sprechen. Ich bin der Mirko Oliva, Steuerbüroter bei der Kanzlei Gasserspringer, Peratonero und Oliva. Wir sind ein Büro mit ungefähr 30 Leuten, die drei Büros haben. Einmal Hauptsitz ist in Lana, dann haben wir einen Nebensitz in Bozen und auch in Naturns. Und ich bin seit 2008 in der Branche tätig und seit 2013 eingetrogener Steuerbüroter. Und ich habe mich jetzt eben in letzter Zeit mehr mit dem Thema Bitcoins und Kryptowährungen im Allgemeinen beschäftigt. Das Thema ist, dass man sich alle, weil mehr junge Leute auch in Südtirol interessiert und das auch eine größere Relevanz kriegt. Dankeschön. Ja, eben. Das habe ich auch gemerkt, ich habe ja einen deutschen YouTube-Channel. Das ist ein Verlinker hier. Und mittlerweile schauen ein paar Südtiroler zusammen zu. Und ich kriege auch in allem wieder Anfragen. Du, wie ist denn das bei uns mit der Steuer? Wie ist denn das in Italien? Ist der Bitcoin noch ein Jahr steuerfrei? Erst kürzlich habe ich wieder einen Anruf gekriegt von einem Freund von mir, der gesagt hat, ja, Herr Ding, das ist ja noch ein Jahr steuerfrei und so weiter. Und ich glaube, wir steigen gleich ins Thema hin. Und ja, ich stelle mal, wir haben jetzt ein paar Fragen vorbereitet. Und ich würde sagen, ich stelle einfach mal die erste Frage, die du auch geschrieben hast. Wie und ab wann müssen Kryptowährungen gemeldet und besteuert werden? Binst du in Italien? Vielleicht sagst du uns einfach mal ganz kurz, wie das, ja, von Fiskus her gekannt habt wird. Und wie ist das als Steuerberater aufbereitet? Aufbereitet, beziehungsweise wie ist das in Trag nach einer Steuererklärung? Gerne. Ich muss dir vorausschicken, dass das italienische Steuerrecht logischerweise für Kryptowährungen gar nicht gemacht wird. Sprich, der italienische Gesetzgeber hat in keinster Weise geregelt, wie das gekannt habt werden soll. Einfach von der Tatsache, das ist ein ganz neues Phänomen und das dauert immer Jahre in der Regel, bis der Gesetzgeber die Steuergesetze umpasst und das Ganze dann mal regelt. Die Agentur der Einnahmen hat dann versucht, das Problem zu lösen. Die Agentur der Einnahmen, man leitet kurz vor Ort praktisch in Italien, die Funktion des Finanzamtes in Deutschland ist eine Behörde, kann keine Gesetze machen, aber hat logischerweise, ist in operativen Abwicklung bei der Besteuerung stark involviert, weil sie logischerweise die Steuererklärungsmodelle zur Verfügung stellt, die Instruktionen ausgibt, wie die Steuererklärungsmodelle auszufüllen sind und im Nachhinein auch für die ganzen Kontrollen zuständig ist und die entsprechende Software bereitstellt. Die Agentur der Einnahmen hat versucht, das ganze Phänomen einzuordnen und hat das getun mit Rundschreiben und Entscheidungen. Das seien de facto Dienstanweisungen, die die Zentrale in Rom an die einzelnen peripheren Ämter in Meran, Pozen, Brixen, Brunneck und logischerweise die anderen italienischen Provinzen und eben die Unterämter gegeben hat. Ich füge hinzu, wenn wir jetzt darüber reden, werden wir ins Alben an die Sachen halten, die die Agentur der Einnahmen mit den Dienstanweisungen gegeben hat. Aber ich muss hinzufügen, dass das, wie gesagt, das seien Dienstanweisungen. Im Prinzip hätte jeder Bürger die Möglichkeit zu sagen, ich halte mich nicht an das, sondern ich lese das Gesetz, ich interpretiere das Gesetz, so wie ich es gerne hätte und danach, falls es zu einer Kontrolle kommt, müsste die Steuergerichtsbarkeit entscheiden, welcher der richtige Weg ist. Solange es in Italien keine Urteile gibt, die im Endeffekt dann vom höchsten Gericht, weil zuerst ist danach am Ende der Kassationsgerichtshof in Rom, wird immer eine gewisse Rechtsunsicherheit herrschen leider. So etwas dauert in Italien sehr, sehr lange. Also man kann damit rechnen, dass wenn jetzt irgendjemand sich nicht an das halte, was die Agentur der Einnahmen sagt und das kommt dann zu einem Streitverfahren, dass sich der Kassationsgerichtshof wahrscheinlich in zehn Jahren zu den Themen äußern wird. Und das hat leider zur Folge, dass wir praktisch in zehn Jahren wissen werden, falls die Unweisungen der Agentur der Einnahmen nicht gesetzeskonform wurden, kann ich mir in zehn Jahren sicher sein, dass wir jetzt anders verhalten können. Ja, interessant. Aber leider, so ist in Italien die Steuergesetzbarkeit. Die Agentur der Einnahmen hat versucht, im Endeffekt das Phänomen Kryptowährungen einzustufen und hat das Ganze behandelt wie eine Auslandswährung. Weil für Auslandswährungen gibt es in Italien im Endeffekt eine Steuernorm, die Regel, wie das zu handhaben ist. Und die Agentur der Einnahmen hat einfach so getun, wie wenn die Kryptowährung eine ausländische Währung wäre. Da kann ich mir so diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht, weil ob das jetzt wirklich eine Währung ist oder ob das irgendwas anderes ist. Ich meine, es ist auf alle Fälle nicht etwas, was normalerweise eine klassische Währung ausmacht. Aber eben etwas anderes ist nicht hingefallen und deswegen um sie praktisch sind sie den Weg gegangen. Und bei Auslandswährungen ist es so, dass ich praktisch im Endeffekt mehr erlöse, die, was ich erziele, weil ich die Währung zu einem höheren Preis wieder verkaufe, als ich sie eingekauft habe, versteuern muss. Aber nur, wenn das Portfolio von den Auslandswährungen einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, das sind der Schwellenwert, das sind die ex 100 Millionen Lira, also das sind jetzt 51.645 Euro. Und wenn ich mit meinem Portfolio sieben aufeinanderfolgende Arbeitstage den Wert überschritten habe. Das heißt, wenn ich praktisch im Endeffekt in meinem Portfolio Kryptowährungen habe für 30.000 Euro und die habe ich für 20.000 Euro gekauft und ich verkaufe sie. Und da habe ich im Endeffekt den Wert, und die haben den Wert nie überschritten, dann muss ich nichts versteuern. Und hingegen, wenn mein Portfolio über den Wert draussen ist, dann im Endeffekt muss ich den Mehrerlös versteuern. Mit welchem Satz wird der dann versteuert, oder mit welchem Satz muss ich den versteuern? Die Versteuerung erfolgt also praktisch in der Steuererklärung, wird im Endeffekt im Einkommen zugerechnet. Was da Tage, wie der Schwellenwert von den 51.645 Euro berechnet wird, da muss ich allem auf den Wert gehen vom 1.1. des betreffenden Geschäftsjahres. Das heißt, wenn wir ein ganz einfaches Beispiel machen, ich habe fünf Einheiten von einer Kryptowährung. Ja, so haben wir Bitcoin. Bitcoin. Und Bitcoin war am 1.1.2020, das wäre von der damals jetzt einen genauen Wert zogen können. Um die 6.000 Euro, weil ich jetzt mal nachschauen kann. Bisschen lieber 6.000, ich glaube 6.000, 4.000, 6.000, 5.000, so etwas. Genau, dann praktisch, wenn ich fünf Kryptowährung, also fünf Bitcoins habe, dann praktisch müsste ich fünfmal 6.400, was im Endeffekt 32.000 ist. Und dann praktisch bin ich unter die 51.645 Euro. Das heißt, selbst wenn ich die fünf Bitcoins jetzt zum aktuellen Marktwertverkauf, der, damals kann ich sicher wieder genau sagen. Ja, jetzt hier und da einen Tracker, also 50.160 jetzt gerade. Genau, dann praktisch im Endeffekt, auch wenn ich die ganzen fünf Bitcoins verkaufen und du über 250.000 Euro einnimmst, dann muss ich den Mehrerlös, im Endeffekt, den du erzielt dann, der ja relevant ist, nicht versteuern. Aber das, also das ist jetzt ganz, ganz, wir haben ja gesagt 2020, 2021, wo er ja um die 26.000 am Ersten, nicht? Das heißt, wenn das gleiche Beispiel in dem höher war, also in dem höher den D6-Bitcoin-Hoben, dann war ich halt so drüber, auch mit dem Ersten des Ersten, nicht? Ja, genau. Und dann muss die Steuerpflicht auslösen. Genau. Es zählt allem das ganze Finanzjahr, sozusagen. Von dem Ersten des Ersten bis zum 130.12. Genau, genau. Es zählt allem das ganze Finanzjahr und ich muss allem schauen, was war der Wert zum ersten Ersten des jeweiligen Jahres und praktisch, wenn ich dann praktisch über die Dinge bin, nachher muss ich das Ganze versteuern. Und zwar nicht nur Bitcoins, sondern ich muss generell schauen, was ich an Auslandswährungen habe, also auch andere Kryptowährungen, aber auch, wenn ich jetzt Schweizer Franken halte oder US-Dollar halte, muss ich auch zuzählen. Also ich muss schauen, ob ich da drunter oder drüber bin mit meinem ganzen Portfolio an Auslandswährungen. Ja, das ist, also wenn man es jetzt so hört, ist das relativ, vor allem glaube ich für Reng, sehr, sehr komplex, oder? Wenn ich das Thema, wenn ich daran denke, wie man das berechnen muss, dass man versteht, bin ich irgendwann im Laufe des Jahres drüber oder drunter oder habe ich es schon überschritten? Bin ich schon steuerpflichtig? Aber ganz kurz noch einmal, bevor wir auf den Semien gehen, noch einmal zurück zur Frage. Du hast gesagt, es wird zur Einkommenssteuer zugerechnet. Das heißt, was ist da für ein Steuersatz zu zahlen? Da sind die 26 Prozent, da sind die 26 Prozent im Endeffekt zu zahlen. Also das gehört in der Einkommenssteuererklärung, das findet man eine Satzsteuer von 26 Prozent Anwendung. Quasi wie Aktienveräußerung mit Gewinn und so weiter. Genau, okay. Nein, eben, um jetzt noch einmal wieder zurückzukommen. Ja, das ist ja ein hartkomplexes Thema, wenn man das jetzt schaut. Wenn man um die Schwelle kämpft, wir haben ja vorher schon kurz geredet und haben gesagt, wenn man klar drunter ist, ist es ja kein Problem. Wenn ich 20.000, 30.000, 40.000, wo es vielleicht noch schon wieder unsicherer wird, aber wenn ich weiß, okay, ich habe nie mehr, dann ist es nicht das Problem. Und zämlich vielleicht die Frage, muss ich zämlich noch gar nichts angeben? Oder muss ich es nicht angeben in der Steuererklärung? Weil ich habe auch viele Fragen gekriegt, was ist denn, ich habe unter 50.000, habe auch schon Gewinne gemacht und so weiter. Muss ich die haben angeben? Muss ich irgendeine Person angeben im Steueramt, in der Steuererklärung? Wie ist denn, wenn ich quasi, also wir können ja immer behandeln, wie ist es, wenn ich drunter bin und immer, wenn ich drüber bin? Also mal die Frage ist, wenn ich drunter bleibe, was habe ich zu tun? Ab wann ist das relevant? Oder ab wann muss ich irgendeine Person tun? Oder kann ich einfach alles gleich hindern lassen? Wenn ich drunter bin, dann bin ich praktisch von der, also von der, von der Besteuerung der Einkommen befreit, was ich hingegen nicht befreit bin. Es gibt in Italien noch, in der Steuererklärung noch einen zweiten Aspekt, die sogenannte Übersicht RW, wo ich mein Auslandsvermögen melden muss. und praktisch, wenn ich meine Kryptowährungen bei einem ausländischen Broker halte oder bei einer ausländischen Börse, dann im Endeffekt habe ich die Währungen ja de facto im Ausland und dann muss ich das in der Übersicht RW melden. Und dann spielt es keine Rolle, ob ich drunter oder drüber bin. Dann muss ich einfach leider, der Stand praktisch im Endeffekt zum Jahresbeginn und zum Jahresende zu melden, aufgeteilt auf dem jeweiligen Land. Hingegen, wenn ich die Schwelle überschreite, dann muss ich auch einmal in der Steuererklärung praktisch im Endeffekt die Einkommens- oder Kapitalvertragssteuern berechnen auf meine Gewinne, was ich erzielt habe. Und habe noch zusätzlich die Angabepflicht in der Übersicht RB zu erfüllen. Also beide Sachen. Das heißt, einmal bin ich verpflichtet, es zu melden. Solange es im Ausland ist, bin ich quasi Alben. Auch schon, wenn ich 10 Euro in Bitcoin habe. Ja, prinzipiell ja. Prinzipiell ja. Okay, das ist schon mal eine interessante Sache. Und die Steuerpflicht wird fällig, wenn man die 7 Werktage für die ohne 50.640 Euro überschritten hat. Genau. Und noch, ob ich allem Leidig gewinne. Wenn ich jetzt quasi die Schwelle überschreite, aber nichts damit tue, also nichts realisiere, Kursgewinne muss ich nicht besteuern. Nein, zu besteuern sind nur realisierte Gewinne. Gewinne ist immer die Entnahme aus dem Portfolio. Also praktisch im Endeffekt, wenn ich es ausgib, wenn ich es wechsle, wenn ich es aus dem Portfolio ausser tue, in dem Moment praktisch muss ich es besteuern. Solange ich es allein drin liegen habe und praktisch nichts damit tue, muss ich es nicht besteuern. Also, ja, ist es doof ganz wichtig, dass man eine ordentliche Buchhaltung hat bei den Kryptowährungen. Heller ist schon mal gleich ausgekehrt jetzt. Genau, genau. Ich füge hinzu, das sind logische Informationen, die prinzipiell für Privatpersonen gelten. Wenn logisch jemand in seiner unternehmerischen Tätigkeit Kryptowährungen halten hat, dann logisch kommen die ganzen Aspekte ins Spiel, wie eine Bewertung zum Jahresende und so weiter und dann wären die Gewinne auch wieder steuerpflichtig. Aber ich denke, in der Regel werden die Währungen von Privatpersonen gehalten und nicht im Rahmen von einer unternehmerischen Tätigkeit. Aber was bedeutet im Rahmen von einer unternehmerischen Tätigkeit, wenn ich sage, ich bin Einzelunternehmer, dann kann ich ja quasi mein Vermögen so wie als privater Hand haben, oder? Genau, genau. Aber wenn ich jetzt eine Kapitalgesellschaft habe zum Beispiel und die Sellbitcoin hält, wie läuft es dann noch mit den Gewinnen oder mit den Angeben und so weiter? Ja, wenn es ein Kapitalgesellschaft ist, dann logischerweise kann ich nicht mehr sagen, es ist eine private Sache, sondern es ist im Moment wirklich ein Unternehmensding. Logisch hat die Gesellschaft, wenn die Sell Gewinne erzielt mit Kryptowährungen, genauso wie wenn sie mit anderen Finanzderivaten oder mit anderen Papieren oder anderen allgemeinen Finanzwesen Gewinne macht, dann zählt es dann zur Einkommensteuer zu. Die Sellbiten müssen es auch in der Bilanz erstellen, müssen es bei der Bewertung berüchtigen, das ist das Ganze ein bisschen eine kompliziertere Sache. Okay. Ich glaube, wir beschränken es auch da auf, es ist interessant, mal gehört zu haben, aber ich glaube, da geht es schon hauptsächlich für private Leute, weil ich glaube auch, dass zum großen Teil private, wenn sie das auch kaufen, wird sicher Unternehmen angeben, aber ich glaube, es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, gut. Ich würde sagen, wir schauen noch weiter, welche Fragen wir schon beantwortet haben und welche noch nicht. Also wir haben jetzt kurz geklärt, wie sie gemeldet werden müssen im Rw und wie sie besteuert werden, wenn sie die Schwelle überschritten haben. Nachher habe ich da noch eine Frage gestellt, muss jede Kryptowährung Schrägstrich Fremdwährung in der Steuererklärung angegeben werden oder nur die Summe oder nur die Summe aller Währungen. Das ist vielleicht eine interessante Sache zu wissen, weil du hast ja vorher gesagt, dass alle zusammengezählt werden müssen. Also muss ich natürlich aufpassen, wenn ich zum Beispiel Schweizer Franken habe oder noch US-Dollar oder irgendeine andere Währung, dann muss ich aufpassen, dass sie quasi die Summe zusammenzählen, um nicht die Steuerpflicht auszulösen, wenn ich sie nicht will. Genau, im Endeffekt ist, also das Problem ist, dass die Übersicht Rw aus rein praktischen Gründen sein muss, dass sie noch Stott aufteilen. Deswegen brauche ich auf alle Fälle eine Übersicht nach Börse oder Broker, wo ich das Ganze halte. Danach, um das Ganze durchlegen zu können, braucht man sicher die einzelnen Kryptowährungen getrennt, um das Ganze aufarbeiten zu können. Aber ich kann nicht alles in einer Summe machen, sondern ich brauche einmal ein Detail. Danach wird das in der Steuererklärung teilweise zusammengefasst, aber das ist auf alle Fälle. Okay, du musst allen wissen, was du hast. Zinsen werden wir nachher auch ganz kurz noch besorgen, weil wir haben da ein cooles Tool oder es gibt eine bärige Seite, die das aufbereitet und da fürchtige Steuerreports macht und so, aber zinsen kommen wir am Schluss. Genau, also das heißt, alle werden zusammengefasst. Zinsen haben wir gesagt, im Sinne von zusammengezählt, was die Steuerpflicht auslöst. Dann hast du gesagt, in die verschiedenen Länder. Und dann kommt jetzt ja die Frage auf, weil ich die ja kürzlich angehabt habe, wenn ich jetzt eine Software-Wallet auf meinem Handy habe, da in Italien, oder eben, wie ich es habe, ich habe meine Kryptowährungen auf einem Hardware-Wallet, das ist wie ein USB-Stick und die liegen ja bei mir quasi, sie sind ja eigentlich halb auf der Blockchain, aber ich habe quasi mein Konto bei mir daheim oder auf meinem Handy. Dann liegt sie ja nicht in einer Auslandsbörse, sondern es ist ja quasi auf meinem Handy drauf. Wie ist es, zusammen noch zur Hand zu holen? Weil du hast gesagt, weil ich zum Beispiel, ich habe mit Banden an, das ist ja eine Kryptobörse aus Österreich, zusammen mit der Zemtui-Feed, das ist natürlich klar, das ist in Österreich, das ist mir klar. Aber wie ist es, wenn ich einen Stick habe oder eben ein Hardware-Wallet oder eine Software-Wallet, den ich da auf dem Computer habe oder eben da bei mir zu Hause, dann ist sie ja da in Italien. Insofern noch war das gar nicht ohne zu geben, oder? Verstehe ich das richtig? Ich muss sagen, dass die Agentur der Einnahmen hat sich zu den Themen nie offiziell geäußert. Es gibt aber praktisch unter den Rechtsgelehrten, also Universitätsprofessoren, ich bin prinzipiell der Meinung, dass, wenn ich das in Italien halte, dann halte ich es ja nicht im Ausland, dann muss ich es im Endeffekt nicht umgeben. So was praktisch, wenn ich es effektiv in einer Wallet, also bis jetzt auf eine Hardware oder egal welches Produkt habe, wenn ich das bei mir habe und die befinden mich in Italien, ist das prinzipiell nicht umzugeben. Es besteht, aber da prinzipiell war es gut, wenn die Agentur der Einnahmen sich zumal offiziell äußert hat. Weil wenn ich das jetzt im Umkehrschluss ein praktisches Beispiel mache, wenn ich 10.000 US-Dollar da liegen habe, dann muss ich die auch nicht umgeben, weil ich es ja bei mir da in Italien habe. Stimmt. Als Vergleich, oder? Stimmt, stimmt. Beim Grunde genommen ist es ja ähnlich, wenn man es so wieder sieht. Es ist noch sicher eine Auslegungssache, aber halt live für mich zum Verständnis. Okay. Interessant. Okay, noch mal eine nächste Frage, eine spannende Frage, und zwar, wie hoch sind die Strafen bei Unterlassungen? Das heißt, wenn ich meine, also, da müssen wir wahrscheinlich auch wieder unterscheiden zwischen, wenn ich die Steuern nicht gezahlt habe oder wenn ich einfach nicht gemeldet habe, was ich habe. Oder abwärts. Es ist ja so, also prinzipiell für die unterlassene Angabe in der Übersicht erwiesen, dass ich nicht mein Auslandsvermögen gemeldet habe, ist eine Strophe vorgesehen zwischen 3 und 15 Prozent vom nicht gemeldeten Wert, wobei die Strophe verdoppelt wird, wenn es sich beim Steuerparadies handelt, was ich nicht umgeben habe. Es gibt da natürlich … Und selber auch? Leih ganz kurz, Klammer auf, Klammer zu. Ja, zum Beispiel Lichtenstein. Ah, okay. Die Liste ändert sich auch immer wieder, wo es Steuerparadies ist und wo es nicht, je nachdem, ob die Länder einen Daten austauschen mit Italien unterschreiben oder weniger. Hingegen bei der, wenn das Einkommen nicht erklärt, dann muss ich prinzipiell unterscheiden, ob ich das Einkommen nicht erklärt und die Steuererklärung abgeben habe, also falsch, infidelisch, italienisch nicht, oder ob ich komplett die Steuererklärung nicht abgeben habe. Wenn ich die Steuererklärung leih, also wenn die Steuererklärung falsch ist, im Sinne von, dass das Einkommen fehlt, dann betrogen die Strophen zwischen 90 und 180 Prozent von der nicht erklärten Einkommensteuer oder nicht erklärten Ertragsteuer und hingegen, wenn ich die Steuererklärung unterlassen habe, dann sind die Strophen zwischen 120 Prozent und 240 Prozent von der nicht erklärten Steuer. Plus logisch, die Steuer muss ja nachzahlen. Aber ich frage mich, wie will man es beweisen, ob es mir passiert ist oder ob es bewusst nicht getan hat? Nein, das spielt keine Rolle. Die entscheidende Frage ist, ob ich eine Steuererklärung angegeben habe und das nicht angegeben habe, habe ich gar keine Steuererklärung angeben. Wenn ich beispielsweise keine Steuererklärung angebe, dann sind die Strophen auch noch erhöht. Wobei ich beträchtliche Nachlässigkeit auf die Strophen kriege, im Endeffekt, wenn ich mich entweder freiwillig berichte, also wenn ich die Steuererklärung nicht angebe, wenn ich sie nachhole oder wenn ich die unterlassene Ongabe nachhole oder ich habe dann noch Reduzierungen, wenn die Agentur der Einnahmen kommt und die Kontrolle gleich mir zustellt und die sofort zahlt, dann habe ich auch Unrecht auf Reduzierungen, dann gibt es Reduzierungen, wenn ich mich auf die Agentur der Einnahmen im Mediationswege einig und so weiter bis dann logische Erhöhungen, falls jemand sich weigert zu zahlen und die Agentur der Einnahmen praktisch im Endeffekt über einen Einzugsbeauftragten über die Reduzierung eintreibt, dann kommen sie noch mal gebührend zu. Auf alle Fälle sind die Strophen recht saftig, vor allem wenn ich andererseits recht saftig für die unterlassene Angabe im RW, weil ich logischerweise auf in Fiene zählt der Wert, das kann ja unter Umständen beträchtlich sein, obwohl ich gar keine Gewinne erzielt habe. Bei der Trugsteuer logischerweise spielt es vor allem eine Rolle, wenn ich hohe Gewinne gehabt habe und die im Endeffekt nicht erklärt habe. Also besser, dir jetzt besser angeben und haltet die Sache sauber. Genau. Empfehlen mir allem, oder? Genau, nein, auf alle Fälle schlussendlich auch nichts, weil ich denke, da ist sicher eine grässere Gefahr bei Kryptowährungen, weil es irgendwie unter dem Radar noch läuft und weil es nicht wirklich reguliert ist, wo es ja für viele der Grund ist, überhaupt Kryptowährungen zu kaufen oder zu halten, aber nichts desotrotz, dass die Armschauung das auch sauber hält. Genau, das Thema ist ja natürlich ganz neu, Bitcoin gibt es seit 2010, das ist ja ganz, ganz neu und es gibt ja mittlerweile, ich weiß nicht wie viele, aber sicher Tausende für verschiedene Coins und jetzt ist eine Frage, die sich mir da auch stellt, ist, wie ist das, wenn ich quasi von nur einen Coin auf einen anderen wechsel, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt fiktives Beispiel, ich habe 1.000 Euro gekauft in Bitcoin, der Wert ist auf 2.000 Euro gestiegen und aber ich habe die Bitcoin nicht in Euro umgewechselt und noch wieder irgendetwas gekauft, sondern ich habe sie direkt umgewechselt in Ethereum, sage ich mal, der zweitgrächste Coin. Das heißt, ich habe ja theoretisch den 1.000 Euro Gewinn gehabt, wer das noch so gesehen oder wie wer das gekannt hat, logischerweise hat er ja auch wieder die Schwelle damit zu dienen, aber hat er grundsätzlich das Verständnis. Ja, es ist eben so, wir sind jetzt der Agentur da ein, um das Ganze klar gesetzt, hat es via Fremdwährungen, bei der Fremdwährung löst die Entnahme aus dem Depot schon die Besteuerung aus, habe ich Bitcoin aus dem Depot ausgetan, damit Ethereum oder eine andere Währung kaufen, im Endeffekt habe ich sie entnommen und damit löse ich eigentlich schon die Besteuerung aus. Logischerweise allem unter Berücksichtigung von der Schwelle von den 51.645 Euro, die im Endeffekt entscheidend ist. Also sind alle Tauschgeschäfte, Swaps, irgendetwas, allem steuerrelevante Transaktionen für den Fiskus sozusagen? Prinzipiell ja, genau, sofern ich effektiv in Bitcoin entnehme und praktisch Ethereum kaufe und nicht das mit irgendein Swap mache, also mit irgendein Finanzderivate oder irgendwas mache, dass gar keine physische Entnahme stattfindet. Logischerweise habe ich eigentlich getrennt das Rechtsgeschäft abgeschlossen. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt, leihen wir noch ein fiktives Beispiel zum Verständnis auch für mich jetzt da, als ich sage, ich bin jetzt auf Bitbanda, das ist meine Börse, und ich wechsle mein Bitcoin zusammen auf Ethereum. Dann ist das ja eine normale Transaktion sozusagen. Das haben wir nicht entnommen, ja. Ja, im Grunde genommen schon, ja. Okay, ja, ich verstehe. Ja, es ist kompliziert. Ja, jetzt hast du schon nochmal das da gesagt mit eben Swaps, CFD Futures etc., das ist auch eine Frage für mich, weil ich jetzt selber ein bisschen angefangen habe, eben auch mich zu interessieren. Wisst du das, wenn ich quasi allein auf dem Kurs für ein Bitcoin möchte? Ich habe da ja mal das geschickt, was will ich das tue, ich mache das auf Bybit. Im Grunde genommen möchte ich allein, geht der Kurs nach oben oder geht der Kurs nach unten, aber ich werde Bitcoin bezahlt. Deswegen, das ist vielleicht nochmal ein bisschen ein spezielleres Thema. Wie ist es, wenn ich, es gibt auch Finanzprodukte, habe ich jetzt gesehen, kommen aber mehr, ETPs und so weiter, die ich effektiv bei normalen Brokers handeln kann, weil ich nicht einen Kryptobroker nehme, sondern so, ich kann auch und ich habe ein Depot direkt da in Italien und ich kaufe mir so ein quasi so ein ETP, ist ja wie ein ETF, aber halt für Kryptowährungen, wo es aber auch, es gibt einen Wert noch unterschieden, wo es leider Kurs nachgebildet wird und auch noch der Unterschied, wo im Hintergrund die Bitcoins auch gekauft werden. Ich weiß nicht, ist das, wie handtoppen wir das, zählt das auch zur Schwelle und so weiter. Das sind auch so Fragen, die da quasi raufkommen. Weil ich kaufe das ja in Euro, in dem Moment, wenn ich so. Nein, prinzipiell bin ich der Meinung, dass wenn ich praktisch die Schwelle ist nur für die Kryptowährungen an und für sich interessant. Wenn ich ein Finanzprodukt kaufe, das im Endeffekt ist, das ist dann ein Moment, das mir Geld, wo ich Geld nachschießen muss oder das, wo ich Gewinn oder Verlust mache, je nachdem, ob irgendwelche Kryptowährungen steigen oder sinken, da kaufe ich eigentlich ein ganz normales Finanzderivat, das genau das gleiche ist, wie wenn ich ein Finanzderivat kaufe, wo ich praktisch im Endeffekt auf den Kursgewinn und Kursverlust von Schweizer Franken wettet habe, dann spielt die Schwelle von Jahren 50.000, 46.000 Euro auch keine Rolle mehr. Sam ist prinzipiell jeder einen Druck zu versteuern. Sam, je nachdem, wie es aufgebaut ist, aber Sam besteht eine Möglichkeit, dass ich unter Umständen und weil ich Verluste verrechne, da müsste man nachher im Konkreten beim Papier rundschauen, weil es gibt gewisse Einschränkungen, aber prinzipiell kann man sagen, dass man die Verluste auch Gewinn und Verluste verrechnen kann. Okay, aber wahrscheinlich in uns voll rundschauen und natürlich das jetzt in das Video sprengen, wenn wir das jetzt noch ins Detail in den Gendaten. Für sehr können sich die Leute ja noch bei dir melden, oder? Ja, logisch gerne. Super. Genau, habe ich ja vorher ganz kurz angesprochen, dass ich da, ich habe es dir ja schon gezeigt, Cointracking.info, da kommen die Kryptobörsen, kommen da synchronisieren, automatisch per API, oder man kann sich CSVs auslassen und die quasi da in den Loden aus die Börsen aus und die bereiten dir nach quasi, da kriegst du ein Dashboard, siehst du, wie viele Eingänge sein, wie viele realisierte Gewinne, wie viele Verluste und so weiter, plus lassen sie auch einen Steuerrapport ausser, denn wir haben sie jetzt ja schon nochmal angeschaut gehoben und jetzt vielleicht einmal eine Frage, du hast ja zu mir vorher gesagt, wenn Leute so etwas nicht dienen, dann nehmen wir es gar nicht, um die Steuererklärung zu machen, oder kannst du das mal ganz kurz erklären, für die Aufbereitung der Daten jetzt einfach? Ja, das Problem ist meistens, dass logischerweise die Leute, also die mit Bitcoin-Wert, oder mit anderen sind die Leute sehr aktiv und häufig handelt es sich da um ausländische Umbieter, die im Endeffekt logischerweise das nicht so machen, um dann auch Reports zu holen, die für das Steuerrecht gut gehen. Leider ist das Steuerrecht relativ komplex, man braucht relativ viele Informationen und die Informationen müssen einfach aufgearbeitet sein, sonst man kann theoretisch alles auch selber machen, logischerweise, wenn jemand danach 30 Stunden zuhuckt, um die Daten aufzuarbeiten, das geht schnell, wenn jemand im Endeffekt einen gewissen Umfang tradet, dann wird das einfach so ein Aufwandsproblem und de facto hätten wir dann auch gar nicht mehr Zeit, die ganzen Steuererklärungen abzuwickeln. Das geht gleich, wenn jemand ein ganz, ganz grosses Portfolio hat und sagt, ich investiere da wirklich Millionen und wo sage ich, dann sind Verwaltungskosten, die passen da rein. Deswegen ist es eben wichtig, dass man irgendein Tool findet, das praktisch die Auswertungen aufbereitet. Da hat mir eben das Tool gezeigt, das ist wirklich sehr, sehr interessant, erst du auch stark dahinter. Im Endeffekt, die Omaschinoanpassung gemacht auf seine Anregungen hin, wir haben gesehen, es fallen noch ein paar Details, aber die hat er damals schon noch umgeregt, dass die noch umgepasst werden und die kann man durchaus vorstellen, dass man da noch wirklich eine Übersicht kriegt, die man für die italienische Steuererklärung verwenden kann. Ähnlich wie es sie, wenn man jetzt jemand nicht in Kryptowährungen hat, sondern mit effektiven Währungen spekuliert oder arbeitet, wie es sie, die Schweizer Banken teilweise schon machen, die machen dann effektiv Reports, die die Steuerrecht optimiert Ja, Leid sind eh extrem teuer, vor allem dass die Schweizer Banken teilweise bis zu 5.000 Franken für sowas verrechnen. Das ist dann gedenkt für Leute, 20 Millionen haben und nicht für Klasse. Da muss ich leider vergessen während dem Interview eine Frage zu stellen. Die Frage ist nachher noch mal von einem Bekannten von mir gekommen und zwar wie wir handhaben Krypto.com Bitbanda etc. Plattformen geben Kreditkarten mit denen quasi die Bitcoins etc. Kryptowährungen du hast tauschen kann und im Geschäft bezahlen oder online etwas bestellen wie eine normale Kreditkarte funktioniert. Die Frage habe ich vergessen zu stellen und die möchte ich noch mal kurz beantworten. Ich habe es mit Mirko besprochen und zwar ist das genau das gleiche als ein Swap machen. Als man eine Kryptowährung in andere Kryptowährungen wechseln weil sobald du deinen Bitcoin zurück wechselst in Euro um die Euro dann auszugeben an der Kasse oder online ist natürlich eine steuerrelevante Transaktion gemacht was klar ist du hast ja ein Teil für den verkauft und das muss natürlich für den Fiskus nachvollziehbar sein und als Trade bzw. als Ausgabe aufscheinen sell einfach zu den und ich dazu ein weiteres Video Ja ok verstehe ja eben wie du kurz angesprochen hast also ich bin da in Kontakt mit Cointracking und sie haben schon mal etwas hingebaut wo man auf jeden Fall mal sieht wo es wurde von Ersten des Ersten oder man kann hingeben welches Datum man will und wo es mein Depot wird und das ist schon mal eine super Sache für uns und sie eben die Übersicht kriegt für die 50.640 Euro sie haben gesagt vielleicht sogar noch im April auf alle Fälle werde ich ein Video dazu machen also wenn es interessiert könnte ein Folgevideo zu dem Video sein wo wir jetzt darüber reden dass man vielleicht auch wie bereit ist für den Steuerberater auf dass der Steuerberater im minimalsten Aufwand hat sauber sein dass alles passt weil je mehr Aufwand hat desto teurer wird es ja natürlich auch nicht hinten machen ja klar wir sind die Leistung die Arbeit erbringen und logisch im Endeffekt die Kosten sind ausschliesslich die Zeit also Zeit und Risiko weil du musst auch Arbeitskräfte einsetzen die eine entsprechende Ausbildung haben die entsprechend geschuld sein müssen die logisch auch ein entsprechendes Gehalt haben wollen und je geringer drauf an Tisch den wir haben um die Steuererklärung danach zu machen desto weniger kostet sie ja eben also was schon noch ganz interessant ist ist vielleicht das Thema auch eben wenn wir bei Cointracking kommen alle möglichen also die arbeiten weltweit mit allen möglichen Finanzbehörden und beziehungsweise Steuerberater und da gibt es ganz viele verschiedene Methoden ich möchte jetzt nicht zu viel ins Detail gehen aber ganz kurz vielleicht first in first out last in last out oder first in last out lassen wir das mal ganz kurz erklären wie kann man überhaupt seine Währungen sozusagen deklarieren hast du das vielleicht mal ganz kurz erklärst wenn ich jetzt überhaupt nie das kriegen kann was das bedeutet und vielleicht was für unnachteile sein und wie ich das eben berechnen kann ja da geht es im prinzip um folgendes Problem logischerweise wenn ich ein Portfolio aufbaue dann kaufe ich zum Beispiel was weiß ich am 15. Jänner zwei Einheiten von der Kryptowährung dann kaufe ich am 18. Jänner nochmal drei Einheiten dann kaufe ich am 31. Jänner nochmal drei Einheiten dann kaufe ich am 2. Februar nochmal zwei Einheiten dann habe ich praktisch im Endeffekt fünf drei äh 13 nicht gezählt auf jeden Fall lassen wir es bei 13 Einheiten sein und nachher praktisch wenn ich jetzt am 16. Februar vier Einheiten verkaufe nachher praktisch stellt sich die Frage welche vier Einheiten weil die sind im Endeffekt alle mischt also ich kann ja nicht sagen was ist genau was welche vier Einheiten habe ich verkauft die wo sie am Ufer gekauft haben oder die letzten was sie gekauft haben und eben das stilienische Steuerrecht gibt mir die Möglichkeit dass ich das frei entscheiden kann ich kann da die Methode wählen die was mir besser passt und das macht logisch weiß einen riesen Unterschied weil wenn der Kurs steigt noch die letzten Einkäufe habe ich logisch steuer gehabt wie die ersten Einkäufe so ist praktisch wenn ich noch mit Gewinn verkaufe ist der Gewinn wenn ich die Berechnung auf die letzten Einheiten hernehme kleiner und wenn ich die Berechnung von Gewinn auf die ersten Einheiten hernehme größer ich kann logischerweise nicht unter Jahr die Berechnungsmethode einfach wechseln sondern ich muss mit der gleichen Methode weitermachen aber kann ich für Jahr zu Jahr wechseln weil du sagst nicht unter Jahr ja unter Jahr geht es gar nicht Jahr zum Jahr könnte theoretisch wechseln leider ändert sich meine Bewertung deswegen ist das Problem ja eben ja also man sollte sich eher für eine Dinge entscheiden und danach praktisch beibehalten und bei der ist eben auch wichtig dass ihr Programm das das ganze für mich verwaltet wenn ich ständig kaufe und verkaufe dass die berechnung automatisch geht und logisch bei steigenden Kurs ist es prinzipiell besser mit einem Liefer zu arbeiten weil sie verkaufe zuerst was am Ende gekauft haben und dann sprich der entsprechende Gewinn niedere niedere wenn ich FIFA habe dann entsprechende Gewinn her kann da war vielleicht eine interessante Überlegung dadurch dass wir erst ab 150.600 die 7 Tage steuerpflichtig sein war vielleicht für uns first in first out interessanter weil man sagen kann ok auch wenn der Kurs steigt und ich noch verkaufe und verkaufe bevor ich die 150.000 schwelle erreiche mache first in first out und sparte außen habe ich dann quasi zu einem teureren Kurs hingekauft das ist eine Theorie ja man muss aber brechen mit dem ersten Ersten das Problem weil man muss alles umrechnen muss aber der Gewinn und Verlust werden verrechnet auf deinen Kaufkurs es gibt sicher Fälle wo der FIFA vorteilhafter ist das man kann es wenn es das Programm automatisch berechnet dann kann man es einfach durchspielen dann kann man schauen wie viel ich mehr eigentlich ganz easy war bei mir schon mal probiert wo ich zum Beispiel gesehen habe weil ich bin in die Kryptowährung 2017 damals beim All-Time-High bei den letzten Bullrun sozusagen und deswegen habe ich am Anfang ja teuer gekauft dann aber wieder billiger und deswegen war für mir jetzt first in first out besser und jetzt bleibe ich natürlich dabei das kann durchaus sein das hängt eben von Situation ab logisch wenn der Kurs allem steigt dann war liefer die ideale methode aber logischer weise es wird davon ausgemessen dass der Kurs irgendwann mal wieder zurück geht und man wird nicht allem in richtigen Moment erwischen dass man allem zum niedrigsten Kurs verkauft zum höchsten Kurs verkauft deswegen kann sein dass bei jemand FIFO interessant ist es kann durchaus sein es ist im Endeffekt effektiv zu probieren was besser ist ja dort hatte ich leider noch mal eine Theorie oder Gedankenspiel was vielleicht ganz interessant war was du zu sagen jetzt seien wir mal an wir haben das Beispiel wie du es ja ganz am Anfang schon kurz genannt hast wir seien Anfang von dem Jahr hingestiegen in Bitcoin nicht wo 26.000 war dass wir ein realistisches Szenario haben und haben uns um Bitcoin gekauft jetzt hypothetisch und Ende des Jahres steht der Bitcoin auf 500.000 Euro in dem Jahr das heißt ich habe voll viel Gewinn gemacht kann das theoretisch steuerfrei veräußern also war es für mich schlau in dem Moment zu sagen okay ich verkaufe das Ende von dem Jahr dann kann eine studiefrei weil wenn ich es übergehen lasse aufs nächste Jahr dann zählt ja der Kurs für meinen Bestand vom ersten des ersten 2022 und wenn noch 500.000 war dann war ich sofort schon drüber außer ich verkaufe es in den ersten sieben Tagen also das war korrekt das Gedanke ja ja es ist absolut korrekt weil dann war ja die Theorie wenn ich sage okay ich will allem gleich viel Bitcoin haben dann verkaufe ich heuer habe ich 500.000 Euro Cash Kurswert bin zwar steuerpflichtig aber die Gewinne zählen erst wenn er wirklich noch viel mehr steigt genau genau ja das Gedankenspiel ist richtig okay das war sicher eine interessante Sache vielleicht für einen anderen ist das auch relevant aber es ist gut dass man es weiß dass man vielleicht am Ende des Jahres noch mal aktiv wird ja ich glaube so die wichtigsten Fragen haben wir jetzt beantwortet haben wir ins Angeschaut wo sie natürlich wenn ich darf deinen Kontakt etc beziehungsweise von einem Büro unten in der Videobeschreibung dass wenn jemand kontaktieren möchte dass sie Möglichkeit haben ja wenn du zu viel Umfragen habt dann meldst du die ohne Frage die vielleicht noch ganz interessant wäre jetzt für mich dass ich so vielleicht dass wir jetzt ich denke wir bringen das Video mal aus es wäre sicher vielleicht die anderen Fragen kommen ob du vielleicht irgendwann mal Interesse ist dass man so einen Livestream machen kann auch zu dem Thema würde die Zuschauer vielleicht auch Fragen stellen da reden wir vielleicht in einem halben Jahr oder irgendwann demnächst Mal schauen wir mal ob ganz viele Fragen da sein Ja weil ich muss dazu sagen es geht Gerücht um dass Italien möchte die ganzen Kryptowährungsgeschichten besser regeln und zwar sowohl im Sinne von weil es ist ja mit den Kryptowährungen ein logischer Steuerthema es beherrscht es gibt eigentlich auch logischerweise ein Geldwäschethema weil wo Licht sich durch ein viel Schatten logisch die Kryptowährungen anonym seien eignen die sich logisch auch für allerlei kriminelle Aktivitäten und im Moment fließt das Ganze noch ziemlich unter den Radar die einzigen Fälle die wo logischerweise noch problematisch gewesen sein ist wenn jemand Kryptowährungen eine große Summe zurückgewechselt in Euro und davor mal keine Ahnung haben wir einen konkreten Fall gehabt wo jemand 600.000 Euro gewechselt hat von Kryptowährungen in Euro und der hat dann auch logisch sofort die Finanzer bei sich gehabt weil logisch die Bank eine Meldung gemacht hat und gesagt hat da hat jemand der im Endeffekt kein Einkommen hat auf einmal 600.000 Euro auf dem Bankkonto das ist eine verdächtige Operation deswegen möchte ich das Ganze ein bisschen besser regeln und ich bin schon gespannt ob wir haben jetzt einen Ministerpräsidenten der eigentlich aus der Finanzbranche kommt also mit dem Trage der ja korrifäisch in den Kryptowährungen Bereichen aber allgemein und es besteht durchaus die Möglichkeit dass sich in den nächsten Monaten noch etwas tut also du denkst sogar noch und wenn man so ein Gesetz auskommt dann könnte das sogar noch rückwirkend also für das Jahr gelten oder können sich sagen okay jetzt besteuern wir die Kryptowährung in allem was allein als Beispiel als allem ohne die Schwelle oder was so in der Richtung Theoretisch kann ein Gesetz nicht rückwirkend gelten einzige Ausnahme ist wenn ein Gesetz einen reinen interpretativen Charakter hat darüber zu spekulieren ist schwierig weil es ist schon ein paar Mal gewesen so dass im Endeffekt ein Gesetz ausgeben und das interpretiert allein eine Norm die schon numerisch und der Faktor was dann rückwirkend gibt ist sehr viel politisches Geplänkel wenn es normal unter Anführungszeichen wie man sich vorstellt kommt dann kann es noch für die Zukunft gelten okay und ja weil zu dem Thema ich könnte mir auch vorstellen dass vielleicht auch die EU selber reguliert das betrifft ja nicht Italien und jedes Land ich bezweifle dass zum Beispiel in Deutschland ist ja wirklich so dass man noch ein Jahr das steuerfrei hat und wenn man das jahr her nimmt wenn der sich verzehnfacht innerhalb 5-6 Monaten dann kann ich mir vorstellen dass sich ein anderer Fiskus oder andere Leute denken okay vielleicht schauen wir da mal drauf aber das ist jetzt halt hypothetisch gerett okay wenn du noch etwas sagen möchtest ja vielen Dank dass ich die Möglichkeit gegeben hat das Thema mal aufzuarbeiten und mit ihm das Gespräch zu führen ich hoffe dass wir in Stand gewesen sein einige Fragen abzuklären es ist logischerweise so dass danach im müsste man jede einzelne Position sein kann man eigentlich in einem persönlichen Gespräch machen bei mir haben Informationen die allgemeine die das kann im Endeffekt nie eine qualifizierte Steuerberotung ersetzen also wenn jemand im Endeffekt sagt du in einem konkreten Fall empfehle ich und wenn das ist kein Problem ich habe keine Verpflichtungen an vielen vielen Dank auf alle Fälle ich glaube jetzt mal in meinem Namen dass du dir die Zeit genommen hast mit mir zu machen aber ich glaube auch im Namen für alle Leute die das in Zukunft zählen werden die uns zuschauen weil ich glaube dass wir schon mal ein bisschen klar geschaffen haben ich selber habe mich auch ein bisschen umgeschaut im deutschsprachigen Raum findet man natürlich Sachen selbst aber meistens für österreich oder deutsches Steuerrecht ausgelegt ich bin das ganz besonders nach erstens oft graue Theorien dass das auch ist und so weiter und habe mich im italienischen Bereich umgeschaut ich bin jetzt selber auch nicht an der Sprache ich verstehe es zwar aber ist nicht meine Muttersprache sage ich mal und ich rede es auch nicht jeden Tag deswegen vor allem bei den Fachausdrücken war es auch ein bisschen schwierig deswegen ich glaube da haben wir sicher vor allem du einen guten Dienst gemacht ein bisschen Aufklärung zu schaffen zu dem Thema mir bleibt auch nichts anderes übrig als mich zu bedanken ich hoffe dass ich sich da und andere bei dir melden und wenn Fragen sind würde ich mich freuen wenn ich die Fragen weiterleiten darf wenn unter dem Video einige Fragen kommen und Dankeschön dass du dir Zeit genommen hast und schön danke gerne so ich hoffe ihr habt bei dem Video etwas Lernen gekannt etwas Mietnehmen gekannt ich finde es ist sehr sehr aufschlussreich nochmal ein riesen Danke auch von meiner Seite an Mirko dass er sich die Zeit genommen hat aber vor allem auch die Recherche vorher wir haben uns jetzt schon mehrere Wochen ausgetauscht das sind Fragen die relevant sind die müssen wir wissen wie ich gesehen habe ist nicht alles ganz klar bei den Kryptowährungen wie er auch gesagt hat vielleicht kommt da auch früher oder später ein Gesetz ich werde natürlich auf dem Laufenden halten so gut ich kann und so gut es mir geht jetzt möchte ich noch ganz kurz Cointracking zeigen ich werde als nächstes Video ein Video dazu machen wie man seine Daten aufbereitet du mit Cointracking und egal welcher Börse du eben auch drin bist um sie nach einem Steuerberater zu geben ich zeige es eigentlich ganz kurz die Plattform dass es die Sellseck und ich bin jetzt da schon drin der Plattform das ist da gibt es wenn man auf den Dashboard gehört hat so ein Typ einen Demo-Account und ja der ist relativ gross was ist aber für uns relevant ich habe eigentlich gesagt dass Cointracking schon etwas für uns gemacht hat und soll ich da wenn ich auf Bilanz pro Börse innen gehe dann kann ich sagen berechne aktuell Assets mit historischen Preisen da zeigst du dir ohne welche Assets du hast und so weiter das schaue ich jetzt natürlich das ist jetzt der Demo-Account das müssen wir jetzt noch bei einem selber schauen aber da könnte ich es jetzt noch zum Beispiel sagen 1. Jänner sagen wir mal jetzt nehmen wir das letzte Jahr nicht weil wir müssen ja die Steuern von 2020 höher machen sagen wir 1. Jänner 2020 und jetzt seht ihr es unten wo es habe ich ein Endwerk gehabt jetzt wenn wir den Account hernehmen dann sieht man Wert 1. Januar 2020 seien 204 das ist US-Dollar wir müssen natürlich auf eurem stellen hast du bei dem Account auch nicht hast du bei meinem Account eben schon und da seht ihr es jetzt das ist der Wert in dem Moment war das steuerpflichtig das heißt die 26% waren fällig auf eventuell entstandene Gewinne genau und da seht ihr es im Wert auch in Bitcoin das haben sie jetzt mit meiner Zusammenarbeit da gebaut ich habe Ihnen noch einmal eben die Thematik kurz erklärt was ich auch mit Mirko kurz im Video besprochen habe dass man auch sieht wie ist das das ganze Jahr verlaufen es gibt da am Anfang ein Dashboard weil du zum Beispiel siehst wie wie hat sich dein Portfolio entwickelt da siehst du auch genau den Portfolio Wert und wenn man da einen historischen Kurs eingeben kann sie arbeiten dran ich hoffe das soll bald kommen dann weiß man genau bin ich über die 50.600 oder bin ich nicht drüber genau das nochmal ganz kurz zur Erklärung logischerweise werde ich eigentlich Cointracking unter dem Video verlinken wie auch meine Facebook Gruppe und meinen anderen YouTube Kanal wenn es euch interessiert hat es mich Freiden wenn es meinen Link nimmt kriege es 10% wenn es eventuell auf die bezahlte Version umsteigt bei Cointracking ich kriege logischerweise nur einen Kickback in Form einer Affiliate Provision danke für den Sam das ausführliche Video wie man eben seine Sachen die realisierten Gewinne etc. ausgeholt um sie den Steuerberater zu geben das mache ich in einem nächsten Video das ist ein bisschen aufwendiger und ja jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig als mich zu bedanken das ist jetzt das erste Video da gewesen ich werde weiterhin solche Sachen jetzt machen sei es Steuern auf Aktien sei es Unternehmertum vielleicht wie man ein Vorfettario auftut wo es solche Unternehmensformen gibt etc. alles was mit dem Thema Finanz und Unternehmertum in Bezug auf Südtirol Italien zitieren hat werde ich da in Zukunft machen sicher nicht regelmäßig aber allemal wieder wenn ich sehe es ist ganz ganz wichtig oder da sind viele Fragen offen von einiger Seite ich denke da haben wir alle Mehrwert davon und ich glaube dass das ganz wichtig ist dass man die Sachen einfach einmal aufbereitet und ordentlich sieht damit man auch weiß was man auch eben schlussendlich handeln soll vielen vielen Dank sage ich wünsche dir alles als Gute bleibt natürlich gesund in den Zeiten was wir jetzt alle haben wenn dir das Video gefallen hat gib mir einen Daumen auf den logischerweise aktiviere abonniere den Kanal das ist natürlich super für YouTube dass wir ein bisschen ausgespielt werden aktiviere das Glocke und schon siehst du auch wenn ich irgendwann demnächst wieder das nächste Video auf den laute danke alles Gute bis zum nächsten Mal servus kommt Marsch bis zum nächsten Mal Bus läubly basiert bis zum nächsten Mal